Wissenschaftler haben ein neues Coronavirus identifiziert, das ursprünglich Hunde befällt und nun auf den Menschen übergesprungen ist. Nach der Fledermaus also nun der Hund. Wissenschaftler haben dieses neuartige Coronavirus bereits im Herbst 2018 bei einem Kind entdeckt. Dieses wurde mit einer schweren Lungenentzündung in ein Krankenhaus in Malaysia eingeliefert. Die von uns befragten Wissenschaftler betonten jedoch, dass noch nicht klar sei, ob dieses spezielle Virus eine ernsthafte Bedrohung für die Menschheit darstelle. Es lassen sich zwar Parallelen finden, aber das beweist nicht, dass die Lungenentzündung des Kindes durch das Virus verursacht wurde. Es ist also unklar, ob das neuartige Virus beim Menschen Krankheiten verursacht. Es ist auch nicht bewiesen, ob das Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Sollte sich das neuartige Kanine-Coronavirus jedoch als Erreger bestätigen, wäre es das achte Coronavirus, das eine Erkrankung beim Menschen verursacht. Zusätzlich zu SARS-CoV-2, dem Virus, das Covid-19 verursacht, gibt es noch SARS, MERS und die Erkältungserreger. Es wird angenommen, dass viele dieser Viren ihren Ursprung in Fledermäusen haben. In diesem Fall können die Viren entweder direkt oder über einen tierischen Wirt von Fledermäusen auf den Menschen überspringen. Wissenschaftler planen weitere Forschungen und Studien, um herauszufinden, wie verbreitet das Virus ist und ob es auch bei gesunden Menschen vorkommt. In der Zwischenzeit gibt es jedoch keinen Grund, sich vor ihrem Hund zu fürchten, so die Meinung einiger Wissenschaftler.